Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Waterpark Tycoon. Der Wasservergnügungspark-Simulator. Tag ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Mini-Let's Play mit mir. Ich möchte euch zeigen ab heute meine ersten 60 Minuten mit dem Waterpark Tycoon. Und jetzt muss ich erstmal was ganz Wichtiges zuerst machen. Und zwar, ich muss die Musik ausschalten. Ja, bei diesen karibischen Klängen, ja. Nicht, dass ihr mir da anfangt, irgendwelche Tüten zu bauen. Das wollen wir nicht. Nein, nein, nein. Keine Macht in Drogen. So, ähm, das Spiel, das kommt eigentlich erst am Mittwoch. Also was heißt eigentlich, ähm, das ist der Veröffentlichungstermin, ist der Mittwoch, der 19. März. Ich hab jetzt schon eine Version da von Astragon. Deshalb erstmal vielen Dank an der Stelle. Da kann ich euch das vorab schon ein bisschen zeigen. Ist das nicht der Brüller? Und der Ersteindruck, ich sag mal so, das sieht schon sehr nach 90s aus. Also so ein bisschen, äh, Wirtschaftssimulation der 90s. Wobei die 90er waren ja nicht so schlecht als Jahrzehnt. Und das Kind hier, naja. Also ich formulier's mal ganz vorsichtig. Es sieht nicht so aus, als sei es im Kunstleistungskurs entstanden, ne. Aber, komm, das sind ja nur Äußerlichkeiten. Die inneren Werte zählen. So, was machen wir denn jetzt hier? Freies Spiel machen wir garantiert nicht, weil ich nicht weiß, wie das Spiel geht. Ich auch nicht ins Handbuch geguckt hab, wie immer. Ja, ich sag immer, ein gutes Spiel erklärt sich von selber. Spiel laden, Optionen, Spiel verlassen. Das kann eigentlich nur dann hier sein. Ich hoffe, es ist ein Tutorial dabei oder so. Dö, dö, ein Tutorial. Sehr gut. Und dann haben wir eine Bronze-Mission. Eine Silber-Mission. Und jetzt lass mich mal raten, was könnte denn das hier sein? Vielleicht eine Gold-Mission? Ha, ich bin so schlau. Okay, ähm, jetzt ist die Musik aus. Es ist relativ ruhig, ne. Aber wir machen das jetzt mal hier. Tutorial. Los geht's. Erstellt eine neue Welt. Das reimt sich. Sehr gut. Starte Kamera. Auch gut. Oh Gott, ich seh schon. Ich muss heute viel lesen. Okay, Tutorial. Erstens, Sanitäreinrichtungen. In den nächsten Aufgaben möchte ich zeigen, wie man am einfachen... Nicht mal lesen kann er, der Frenkel. Wie man einen einfachen Wasserpark erbaut. Ein wichtiger Punkt sind natürlich die Sanitäreinrichtungen. Dazu gehören die Toiletten, Umkleiden und Duschen. Jeder Badegast möchte sich schnellstmöglich umziehen, um in den Beckenbereich abtauchen zu können. Dies wird er aber nicht im Freien erledigen, weil er einen kleinen Pimmel hat, sondern wird sich schnellstmöglich eine Umkleide suchen. Ja. Einen ganz wichtigen Punkt möchte ich noch erwähnen. Eine Mission kann nur abgeschlossen werden, wenn der geliehene Kredit zurückgezahlt wurde. Und vergessen Sie nicht, den Park auch zu eröffnen. Das ist immer ein geiler Tipp, oder? Mach mal deinen Park auf, wenn du schon einen gebaut hast. So, also Toiletten, Umkleiden und Duschen bauen. Warten, bis sich zwei Besucher im Park befinden und sich ihre Badekleidung angezogen haben. So, was haben wir denn hier Schönes? Öffne die Parkbewertung. Öffne die Finanzübersicht. Das ist klar. Was haben wir hier? Die Mitarbeiterübersicht. Öffne die Badegästeübersicht. Und das hat keine Funktion, oder wie? Was ist das? Ach, so wegklicken. Oh, rechts unten ist ja ganz was Neues. Was haben wir denn hier Schönes? Pools und Zubehör. Das ist nicht so interessant gerade. Wasser rutschen. Spinat ist das wahrscheinlich, ne? Ne, Geländegestaltung. Sitzgelegenheiten. Verkaufbuden und Sanitäreinrichten. Das ist das, was ich brauche. Sanitäreinrichten, habe ich gesagt, ne? Ja, ich bin echt ein bisschen komisch drauf heute. Spielgeräte. Das hier sieht ein bisschen aus wie bei den Sims. Wie kann ich denn eigentlich mich bewegen? Mit WASD? Ja, mit WASD. Und mit der Maus kann ich hier so rumfummeln. Und dann... Aha, das Mausrad... ...ist zoomen. Und mit der rechten Maustaste... Das ist so, als ob man betrunken ist. Ich liebe ja Spiele, wo man immer so denkt, man ist besoffen, weil... ...spart ne Menge echt in Alkohol. Ja, okay, schmecken wir nicht so viel rum. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte... Was ist denn das für einer überhaupt hier? Das ist der Eintrittskasper. Moment, den muss ich mir jetzt nochmal anschauen hier. Boah, bist du hässlich? Bist du hässlich? Das sieht irgendwie aus wie... ...wie Ken von Barbie. Ganz schlimm. Und was ist... What the fuck? Oder? Ne. WPT? Waterpark Tycoon! Ach, natürlich! Ich bin so schlau. So. Ähm. Mal hier rein. Bisschen höher. Also, das könnte ein dezenter Hinweis sein hier, diese Umzäunung, dass ich hier in diesem Raum irgendwie meinen Park bauen soll. Und zwar erstmal mit Verkaufbuden und Sanitäreinrichtungen. Also fangen wir mal an. Toiletten. Kann ich die irgendwie drehen, die Toiletten? Also das Objekt weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hat mir keiner gesagt. Ähm. Ist das sinnvoll? Das Klo gleich beim Eingang? Also ich stelle mir gerade vor, man kommt in den Vergnügungspark rein und sieht als erstes die Scheißhäuser. Das ist vielleicht eigentlich gar nicht mal so schlau. Aber andererseits wissen die Leute, wo sie... Ja komm, wir machen das jetzt einfach da hin. Fürs Tutorial ist doch drauf geschissen. So. Dann haben wir hier noch was. Ähm. Oben kleiden. Auch hier frage ich mich. Kann ich die umdrehen irgendwie? Hm. Ja, machen wir die einfach mal hier gleich hin. Kann ich das auch wieder loswerden hier, das Ding? Geh weg! Was los? Spacko! Ah. Rechte Maustaste. Okay. Und dann hier duschen. Hm. Die machen wir noch ein bisschen weiter rein. Ähm. Ich glaube, so ist das super. Das ist perfekt. Mein Park ist perfekt. So. Jetzt ist natürlich die Frage, da stand so dieser kleine Tipp irgendwie, ich soll mein Park auch eröffnen. Wie mache ich das denn? Kann mir das mal jemand verraten? Ähm. Jetzt erstmal muss ich dieses Ding ja loswerden, weil sonst baue ich wieder versehentlich irgendwas. Ich blödmann. Äh. Ja. Äh. Mach mal den Park auf! Ken! Hallo! Scheiße. Was muss ich jetzt machen? Ähm. Wir gehen mal kurz durch hier. Da. Das ist... Okay. Das ist alles noch nicht zum Bauen geeignet im Tutorial. Äh. Ja. Dann müssen wir eben mal die ganzen Buttons durchgehen. Hilft ja nichts, ne? Was haben wir hier nochmal? Das ist Geld. Mitarbeiter kann's auch nicht sein. Badegästeübersicht kann's ja eigentlich auch nicht sein. Menü! Oh. Das ist das... Blödelmenü. Okay. Ja. Das ist eine... Also die Muschel ist offensichtlich hier die Missionsbeschreibung. Und man sieht, da ist ein Haken und da fehlt einer. Das ist ja schon mal sehr schlau. Aber... Was ist das? Öffne die Parkbewertung. Das klingt gut. Oh Gott. Attraktionen. Blablablabla. Der Wasserpark ist für Besucher geschlossen. Ich hab's gefunden! Das hat's mir nicht erklärt und ich hab's trotzdem gefunden. Was ist das hier? Kale Werbekampagne. Umfangreiche Werbekampagne. Blablablabla. Besucher anstorben. Also da muss man draufdrücken, ne? Starten. Ha! Kommt jemand? Ha! Da kommen sie ja! Die kleinen Blödmänner mit ihren Belgern. Das sind ja alles Kinder, oder? Ne. Das sind... Coneheads. Das sind Kinder mit großen Köpfen hier. Das ist ja furchtbar. Willst du dich gleich hier beschweren, du kleiner blöder Penner? Ihr fliegt gleich raus hier. Kommt hier mit so einer scheiß Stimmung rein. Was soll denn das? Kann ich zuschauen, wie sich die umziehen? Ähm. Ähm. Warte mal, lass mich mal mit rein. Bei Kindern, äh, beim Umziehen zuschauen, das kommt auch nicht so gut, ne? Ertacke. Oh, ich hab's schon geschafft. Da, die Frau. Ich hätte da... Naja, gut. Was steht jetzt da? Herzlichen Glückwunsch. Sie haben alle Aufgaben erfolgreich gemeistert. In der Questübersicht finden Sie jetzt die nächste Herausforderung. Ole! Der Harald hat's geschafft. Schon fast. So, jetzt warte mal. Jetzt kann ich das wieder anhalten, oder? Wäre doch gar nicht so blöd, das anzuhalten vielleicht, oder? Wenn ich jetzt schließe? Ach, nee. Das bringt ja nix. So. Ihre Badegäste haben sich umgezogen, allerdings gibt es kein einziges Schwimmbecken in Ihrem Park. Ach was. Bauen Sie deshalb Ihr erstes 1,2 Meter Becken in Ihrem Wasserpark. Wählen Sie dazu den 1,2, also 1,20 Meter Beckenbau in dem Baumenü und beginnen Sie, Eckpunkte zu platzieren. Um den ersten Schritt des Beckenbaus abschließen zu können, müssen Sie den letzten auf den ersten Knoten platzieren. Was redest du für ein Scheiß? Wird ein Knoten rot eingefärbt, kann er dort nicht platziert werden. Nach Verbindung aller Knoten können diese noch verschoben werden oder in der Mitte zweier Knoten weitere hinzugefügt werden. Klicken Sie auf den Haken rechts unten am Bildschirmrand, um den Beckenbau abzuschließen. Boah, deine Oma, ey, bitte! Mir bleibt aber auch nichts erspart hier. Ähm. Okay, ähm. Was machen die denn jetzt eigentlich, wenn hier gar nichts ist? Ha. Hallo? Die steht hier blöd rum, ne? Okay, ähm. Becken, warte mal. Wo war denn das, ähm, das hier, ne? Oder? Ja. Schwimmbecken! 1,20 Meter! Was soll das denn sein, ein Maiskorn? Na, der Oma geht's gut! Ah, warte mal. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir zuschauen können, wie sich die Oma umzieht. Ach nee, das ist ein Klo. Kann man ins Klo? Kann man da rein? Aha! Aha, 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 aha. Äh, häh? Wie macht denn die? Schaut euch das mal an, hey, die Frau. Ghost Woman! Okay, ähm. Ach nee, das ist gar keine Frau. Uah! Okay, Moment. Das Maiskorn, das muss jetzt irgendwie... Also wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwie Punkte ziehen, ähm. Egal wo, oder? Komm. Ich baue jetzt einfach mal hier hin. Ja, ja, ja. So habe ich mir das schon ungefähr vorgestellt. Jetzt kann ich hier ein Becken bauen. Dann kostet das entsprechend Geld wahrscheinlich, je größer oder so. Hm? Ich weiß nicht. Ähm. Kann man auch ein Dreieckiges machen? Nö, ne? Obwohl, doch. Probieren wir einfach mal aus. Okay, geht nicht. Hab schon verstanden. So, ähm. Das zeigt jetzt an, dass ich drehen kann, oder was? Ich kann es manipulieren. Ah. Schaut euch das mal an. Da kann man ja ganz lustige Formeln machen. Geht aber nicht alles, ne? Habt ihr auch gesehen? Da wird es rot. Machen wir das mal so. Dann machen wir mal den Haken. Soll dieser Pool zu einem Preis von 29 Euro erstellt werden? Das ist ein bisschen klein, ne? Ach, komm, drauf geschissen. Das ist Tutorial. Das passt schon. 1,20 Meter, ey. Da pissen dann die ganzen kleinen Kinder wieder rein. Und, äh. Brauche ich jetzt einen Weg vielleicht noch dahin, oder so? Hm. Ist das hier? Ist ein Weg? Moment, was heißt es da? Wegesand entfernen. Will ich doch nicht. Ah, da geht jemand rein. Das erste Kind. Und das wird reinpissen. Ich kenn's doch. Ähm. Moment. Ich bin so blöd. Mindestens 8 Eckpunkte. Scheiße. Ich hab's versaut. Ich schaff's nicht mal im Tutorial irgendwie klar zu kommen. Kann ich das noch verändern hier? Ich könnte es wieder abreißen, ne? Wie ging das nochmal hier? Ja? Hm. Hallo? Scheiße. Okay, drauf gepiffen. Dann machen wir eben... Machen wir eben noch ein zweites. Mit mindestens 8... ...verkackten Punkten. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und... Haken. Ach, das kostet auch nur 29. Egal welche Größe. Scheiße, jetzt kann ich's aber nicht mehr größer machen, oder? Doch, 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 natürlich. So geht das doch, ne? Jetzt werden wir ein bisschen größenwahnsinnig, ne? Merkt ihr was? So. Und wenn das jetzt auch nur 29 kostet, das ist doch voll okay. Haken drunter. Zack. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben alle Aufgaben erfolgreich gemeistert. In der Questübersicht finden Sie jetzt die nächsten Herausforderungen. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Es gibt einige Beckenobjekte, die nur am Beckenrand platziert werden können. Wählen Sie dazu ein Objekt aus und bewegen Sie es an einem Beckenrand. Da hätten die auch mal den Rand einhalten können, hier. Es wird dann automatisch daran ausgerichtet. Das betrifft vor allem die Wasserrutschen, aber es gibt auch andere Objekte, wie den Wasserfall oder die Beckenleiter, die nur am Beckenrand platziert werden können. Eine Leiter ist für den Einstieg der Badegäste ins Becken besonders wichtig. Die springen doch eh immer rein. Sie ist zwar nicht unbedingt notwendig, aber die Badegäste werden es Ihnen danken. Bauen Sie eine Beckenleiter am Rand eines Beckens. Ja. In der Mitte kann ich es ja wohl kaum bauen. So. Platzieren Sie eine Elefantenrutsche am Beckenrand. Ihr wollt Sachen haben hier. Warte mal. Ähm. Da haben wir die Leiter. Das ist schnell passiert, ne? Schau mal! Du dummes Kind! Du konntest da... Ja. Schau. Pass auf. Die schwimmen schon. Mal gucken, ob da irgendwelche gelben Urinwolken aufsteigen. Ein Meter zwanzig tief, ey. Ach. Ach, und meckern schon wieder! Ihr blöden Pissnelken! Mir fällt gerade auf, ich habe überhaupt keinen Sound. Also ich habe die Musik ausgemacht und da höre ich gar nichts. Ist der Sound aus? Äh, nein. Aus irgendeinem Grund. Machen die keine Geräusche? Naja, egal. Weg. Weg. Äh, nein, nicht. Spiel verlassen. Äh, weiterspielen. So. Und jetzt brauche ich eine, äh, Elefanten... Das soll eine Elefantenrutsche sein, ne? Ach, tatsächlich. Das ist eine Elefantenrutsche. Ich verstehe. Das ist ja eine Kinderpillepalle-Killefickrutsche. Aber ist egal. Bauen wir da hin. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben alle Aufgaben erfolgreich gemeistert. In der Questübersicht finden Sie jetzt die nächsten Herausforderungen. Ich bin ja fast schon versucht, die Musik wieder anzumachen. Weil ich kann doch nicht selber die ganzen Geräusche imitieren. Ähm, das machen wir jetzt erstmal weg. Mit dem Ansturm neuer Badegäste verdrecken die Sanitärgebäude immer mehr und auch das Wasser des Schwimmbeckens wird immer drüber. Dreckige Objekte haben einen negativen Einfluss auf das Ambiente in der Umgebung. Davon werden Ihre Badegäste gar nicht begeistert sein. Es wird an der Zeit, dass Sie eine Reinigungskraft einstellen. Öffnen Sie dazu die Wasserpark-Hauptübersicht und wechseln Sie in die Kategorie Personal. Klicken Sie im unteren Bereich der Übersicht bei Reinigungspersonal auf Einstellen. Eine Reinigungskraft wird sich daraufhin in den Wasserpark begeben und Ihrer Arbeit nachgehen. Stellen Sie eine Reinigungskraft ein. Warten Sie, bis die das sauber macht. Ja, so, so, okay. Das war hier, wenn ich das... Hier, ne, ja, Reinigungskraft. Ich habe jetzt... Achso, da kann ich ja Plus machen. Und dann kann ich quasi einstellen. Und dann bin ich fertig, ne. Ja, wir sind am Ende dieser Episode bereits. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gell. Und kommt auch das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Wenn ich bestimmt irgendwie irgendwann wieder versage. Samuel K. geht zu einer Toilette. Das ist ja toll. Ich bin begeistert. Ja, also, danke fürs Zuschauen und bye-bye.